Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hi On Life. Ok, man hat einfach nur von da rüber springen müssen und nicht da rein. So einfach, as that geht. Dann haben wir nochmal Money. Schaut ziemlich cool aus. Aber... I guess we're going to a mission. Oh no. Yeah. Treibstoff. Dreibstoff. 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 Yeah. Hey. Wait. 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 This is the leader. Oh shit. Oh shit. How was the man in the mansion? Ranchi? Yeah, that guy has serious problems, but he gives us this warp device. By the gods, you've done it. You got the warp device. This might actually work. You continue to provide us with hope, Grand Savior. With this warp device, you can warp Krubus directly to you. How fortuitous. But alas, you'll need his coordinates and a blank warp disk to encode them onto. Hmm. Oh well. No way you're getting those. That stuff's in the mines. We could just go down there and get it right now. Oh right. Take this access code and head down to the mines. Everything you need is there. Okay. Perfect. Thank you. You guys figured out that whole plan for us. You know, that really means a lot. You know, it clears things up for us. You know, anyway. Yep. We'll get it done. Yay. That's why I also have a box. I feel like we've tried it already. Okay. Let's use the passcode and get in. Nice. Yay. So, now we have to find a empty machine for our warp device in the mining area. Geez. Are the G3 even trying to domesticate the local mites? It's not a problem. I don't know. So, now we can get this out of the game. Oh, let's use it. I don't know. It's easy. It's easy to use. It's easy to use. You can get this. Yay. Klak. Hello, Bürger from Blimp City. I'm Magistrat Klak Nagman. und ich möchte wissen, ob ich bei der nächsten Wahl auf eure Stimme zählen darf. Außerdem möchten wir, dass ihr eine Menge Geld für unsere Gefahrne spendet, wenn euch das möglich ist. Ich brauche das für Gadgets und Upgrades. Wir werden euch heute 800 massierte E-Mails diesbezüglich senden, bis ihr das tut. Alles klar, das ist ja Party. Ich muss zurück. Ja. Ja, das war. Ja. 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 Da ist die Geleid-Up-Shield. Ach du Schwede. Ja, 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 ja. Ich habe nur einen Krieg für Stirn oder Krabben gegen Krabbler. Krabbler. Ja. Wo sind sie denn? Ich verlasse mich die ganze Zeit auf den Radar da unten. Haha. Wie komme ich auf hier? Und wo ist das? Und der Krabbler. nicht gleich. Ja. Ich verstehe mich, dass es nicht so gut ist. Warum komm ich da nicht rauf? So, er ist da! Ach, wo raufschauen? Hm, nice Oh, rüber müssen wir? Das gab ja nicht Aber wenn er sorgt Unter uns ist angeblich Eine blaue Kiste Darüber Irgendwie findet die blaue Kiste dann jetzt An Da unterbringen Ähm Irgendwie kriege ich das Auf Ah Sind wir zu anderen Waffen gekommen Ah, schon vergessen wie es gegangen ist Gefühlt Ähm Probe ich die Verbesserungen Anzug Glaub schon Okay Irgendwie habe ich vergessen wie es geht Mal zu drei ist es nicht Mal zu drei ist es nicht Tablet ist es nicht Tester ist es nicht Gefühlt ist es ihm Ich bin da gegangen Ich bin da gegangen Motz Sweezy Es war einfach Runder oder rauf scrollen Und Nummer drei Ohja Sie hat mir in der Zwischenzeit erklärt Ähm Alles klar Oh War auch Dass sie diese Zeit Lücken Kapsel einfach nur cool findet Und zwar Und soll man nicht so genau wissen warum das Funktioniert Tja Oft muss man nicht wissen warum es funktioniert Aber der schmeckt auch spannend Das Energy Immunity Drink Lemon Kurkuma Am Anfang schmeckt er so zitronig Auch nur sehr wenig Aber danach schmeckt er so Weird Ist auf der Augen Das ist die G3 wie ne Oh mein Gott Ich kann so gerne es mit dem Abfall Ich kann so gerne es mit dem Was kaputt Ah Es ist ein Schügel gewesen Was 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 Ich bin Ich kann ihn nicht nur mitnehmen. Das ist ziemlich stark, das Ding. Oh, da alde für Bizeh. Ah, da um. Pium. Oh, verstehe ich dir, oder? 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 5 Alles klar Geh auf unsere W-Bravo zum Spüren Du hast verwahrt ihn Yay, ist okay, das hat nicht verwahrt Piu, piu, piu Yo Zeitlupe Ja Okay, das ist super Eigentlich macht es überhaupt noch ziemlich Spaß Oh my god Oh my god Ich schieße noch was What's going on Okay, okay, okay So viel Chaos Yo, du buchst ja auch hier Ich weiß nicht genau Nein, da kommt es doch nicht so Oh mein Gott, was ist hin Ich denke, irgendwann er schüren noch einmal von den Kills Oder Die spawnende schüren Okay, oder wir sind lang genug aus dem Kampf Das ist auch locker Ich gebe nur noch mal alles ungef komme aus der Ich habe gerade auch schon Easy Achso Doch Und so ausschaut, dass er aber doch noch da ist. Nice. Ich glaube, wir müssen zu dem Ding. Es ist ein Warp-Ding. Warp-Kristall. Das kann man gut gucken lassen. Okay, okay. Ich drehe die Miene. Was ist da drüben? Du hast gar nichts versteckt. Laut unseren dollen Radar da unten ist da nichts versteckt. Was? Der Witz ist auch raufzusitzen. Ich kann den Jack-N-Icon und so weiter. Wo ist der? Ah. Okay. Scary. Sorry. I almost made a Crest joke, but I'm gonna save it. I'm gonna save. We're better than that. No Crest jokes from me. That's a promise. Not from me anyways. You might warp in some bases and Lord only knows. But you know, from me over here as a gun character sidekick. No Crest jokes. 100% on the level with you and no bad stuff. No. No. You get stopped? No. 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 That's a great deal. Das sieht so aus als da mit den Minendichtern und da was man so jetzt sieht, ziemlich fancy. Oh mein Gott, ich kann wirklich so weit schießen. Ziemlich schnalle Schussgeschwindigkeit. Not gonna lieb dafür, dass das irgendwie ein Lebewesen unterhand ist. Oh mein Gott. Yo. Lol. Kein Explositor. Yes. Und... I don't know. Wir sind auch mitten, es gibt immer noch einen Sprung. Kann man machen? Muss man nicht machen. Der Heilige. Ähm. Genau. Was wenn wir den zweiten Switch haben? Oh yeah. Ist das auf dem gleichen Crew oder? Wie die andere Waffen? Fühlen, Alter. Also kann man beide U-T's oder wie man es in einem richtigen Fähigkeiten truppen? Und dann mit einem eigenen Codong. Piu Piu Piu. Sein aber weg! Yo. Enthauptet. Kann man machen. Ich hatte gerade erst aufgemacht, es wurde zuerst geschlossen. So, wir haben ziemlich viel Geld mittlerweile, weil wir nichts gekauft haben in letzter Zeit. Kannst du Volleyball kaufen? Kannst du Volleyball spielen? Dafür gibt es Volleyball-Pälle. Leider haben alle Kopfbilder in den Heiligen Eid geschwanden, nicht wirklich Volleyball zu stehen. Das ist ein Grundsatz. Ich kaufe den mal, schauen wir uns, was sie ist. Wir haben jetzt einen fucking Volleyball. Sorry für dich. Okay, Kumpel. Klumpen-Niere, Dame. Ich freue es noch, dass du ganz schnellen Schleim erzeugen kannst, sodass du Wege abgelehnt und schneller zu deinen Klumpenschissen zurückkehren kannst. Das hat nichts damit zu tun und das sieht dich wahrscheinlich nicht, aber es hilft auch bei der Brustlust. Wir haben das wahrscheinlich schon einmal durchgelesen, komm ich vor. Aber ja. Ja. Ehrlich gesagt, den Zusatzfeature, was das Ding da hat. Ich verstehe irgendwie nicht ganz, wie das ein Niederrät zusammenbringen. So, aber es ist okay. Eigentlich ist es nicht okay. Weil, ich meine schon, dass es eine D formt so. I don't know. Ist wurscht. Verwirrt. Ähm. Es ist die Frage, wir haben jetzt den großen Part da drüben skippt. Oder nicht. So. Dann. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal. Bye, Bye. Bis zum nächsten Mal.